Norddeutscher Rundfunk 2021 Bewege dich ein bisschen. Patrick, bewege dich. Schön gemacht, ja. Gucken, du musst gucken. Komm, mach mal zwei, drei Schläge. Ist doch schon wieder alles auf. Komm raus aus der Entgewinch. Weiter, Mensch. Auf Wiedersehen. Schwer aus der Entgewinchung. Schwer aus der Entgewinchung. Schwer aus der Entgewinchung. Wir schauen zu Boxen in der roten Ecke. Das ist Raphael Jouwakowski, Raphael ist 34 Jahre alt, vom Beruf Maschinenführer Robin, seine Tochter. Und heute wird er von Voraus Fiedler. Bericht 3 und 2. Und kommt Patrick! Jawoll! Jawoll! Aber 2, Mann! Pass auf dein Körper! Jetzt zu! Draußen! Draußen! Den weg! Schlimm! Was ist das? Schlimm! 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 Und jetzt den weg! Raus aus der Ente! So ist Rennighauser rufgekommen, braucht eure Unterstützung. Ich spreche heute mit Patrick Kirscher. Patrick ist 35 Jahre alt, er startet für den FC Rennighausen und als Eidensporter bestreitet er hier seinen ersten Kampf. Betreut mit der Patrick von Andreas zurück im Cast im Einrichtung. Und gebt euren Applaus! Support für Patrick! Drück 2 und 3! Drück 2 und 3 Das war's für heute. Bewege dich ein bisschen! Patrick, bewegen! Jetzt tun wir! Zwei, drei, vier, oben! Applaus 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 Applaus